Können Sie nicht ablegen? Das entscheiden wir, Herr Leutnant. Wo sind die Leute? Kleinen Augenblick. Kommen Sie mit. Dort. Absperren. Alles absperren. Unten und oben aufstellen. Keiner geht an Bord. Achtung. Das ist eine Kontrolle. In reich und lieb antreten. Ich will an Bord. Jetzt reicht's. Schluss damit. Mord den Arsch. Fahle Mord den Arsch. Lassen Sie mich um. Sie sind nett, jongens. Er lassen nach unten. Ja, ja. Was ist denn gut? Ja, jongens sind nett. Prima. Prachtig, jongens, drunter. Rett, Willem. Rett, Willem. Kapitänke. Nach unten, Kolbeier. Sie sind ja besoffen. Völlig besoffen. Wat? Wat sagt die? Kein Platz. Ich bin besoffen. Klopp, klopp, klopp. Aue, wat ich habe fahren. Keiner geht an Bord. Rett, ruhst doch. Wat, wat, niemand? Echt nicht. Nein, keiner. Keiner. Ha, ha, manne. We mogen i de Bordes terug na de Kruuus. He, ha, ha, ha. Schacke. Raus aus meinem Auto. Rüret mein Auto nicht an. Ihr Dreckschweige. Jetzt reicht's aber. Sie lassen die Leute sofort an Bord kommen. Sofort. Nein, ich habe Vollmacht. Ich kann sie festhalten lassen. Heim oder Bofe? Wir haben unsere Anordnungen, Herr Leutnant. Sie können an Bord. Alle manen an Bord. Stilte! Stilte! Ja, aufzelle in die Rijen! Ja, aufzelle! Ja, aufzelle! Stilte! Stilte! Geen... Geen... Adieu! 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 Unvergiss mich nicht! Unvergiss mich nicht! Adieu! 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 Unvergiss mich nicht! Aufzelle in die Rijen! Ja, aufzelle! Ich hoffe doch, Sie sind nüchtern, was? Ja! Na los, an die Kessel, schnell! Wir müssen auslaufen, bevor die sich's anders überlegen! Alles klar! Danke! Hey! Ja! 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 Ja, ja! Vielen Dank.